Ich finde ihn so würdelos und dass man jetzt irgendwie anerkennen soll, dass auch Gerhard Schröder der Auffassung ist, dass ein Angriffskrieg nicht in Ordnung ist. Er hat aber auch das nicht genannt, diesen Namen Angriffskrieg. Es ist eine Verantwortung, etwas zu beenden. Und es gibt diese Sicherheitsinteressen. Nein, es geht nicht um Sicherheitsinteressen Russlands. Das ist das russische Kriegsnarrativ, das er wieder aufnimmt. Und darum muss ich sagen, es ist würdelos. Es ist nicht nur peinlich, sondern es ist wirklich eine nachträgliche Entwürdigung seines Amtes. Er kann das ja alles nur machen, weil er mal Bundeskanzler war. Für den Privatmenschen Schröder interessiert sich kein Mensch. Es ist der ehemalige Kanzler.